Die Geschichte von Grace Kelly, dem Hollywood-Star, der zur Fürstin von Monaco wurde, und ihrer Ehe mit Fürst Renier III ist eine Geschichte, die es mit jedem Hollywood-Film aufnehmen könnte. Die Frage, die sich seit Jahrzehnten stellt, ist jedoch, ob ihre Beziehung eine echte Romanze oder ein PR-Gag war. In diesem Artikel werden die Einzelheiten ihrer Beziehung und die Auswirkungen dieser Verbindung auf das Leben von Grace Kelly und die Geschichte des Fürstentums Monaco untersucht. Eine unerwartete Begegnung Fürst Renier III und Grace Kelly begegneten sich 1955 bei den Filmfestspielen von Cannes, wo Grace zur amerikanischen Delegation gehörte. Auf ungewöhnliche Weise wurde sie zu einem Fotoshooting mit dem Fürsten von Monaco für die Zeitschrift Paris Match eingeladen. Trotz mangelndem Enthusiasmus der beiden Beteiligten erwies sich das Treffen als der Beginn einer echten Romanze. Die gegenseitige Anziehungskraft war sofort da, als wäre sie direkt aus einem Film entsprungen. Eine Romanze im Entstehen Die Korrespondenz zwischen Grace und Renier begann kurz nach ihrem ersten Treffen. Anfangs schrieb der Fürst die Briefe mit Hilfe seines geistlichen Beraters, Pater Tucker. Sechs Monate nach ihrer Kommunikation reiste Renier in die Vereinigten Staaten, um den Segen der Eltern von Grace zu erbitten. Obwohl er ihr zunächst einen bescheidenen Verlobungsring schenkte, wurde dieser bald durch ein luxuriöses Schmuckstück von Cartier mit einem zehn, karätigen Diamanten ersetzt. Eine Romanze oder ein Vertrag Einige haben spekuliert, dass die Beziehung zwischen Grace und Renier in Wirklichkeit ein sorgfältig geplanter Vertrag war. In der Mitte des 20. Jahrhunderts war das Fürstentum Monaco als Reiseziel nicht sehr beliebt. Der Vorschlag eines Freundes des Fürsten, Aristoteles Onassis, das eine königliche Hochzeit mit einer Berühmtheit Aufmerksamkeit und Reichtum anziehen könnte, wurde umgesetzt. Nach der Hochzeit begannen die wohlhabenden Monaco zu besuchen, und das Fürstentum verwandelte sich in ein irdisches Paradies. Verlobungen und Herausforderungen Die Ehe zwischen Grace Kelly und Fürst Renier war mit zahlreichen Kompromissen und Herausforderungen verbunden. Grace musste ihre Hollywood-Karriere aufgeben, was für sie ein großes Opfer darstellte. Renier wiederum musste sich mit den Wünschen und Erwartungen seines Volkes auseinandersetzen, das sich gegen einen Auftritt der Fürstin auf der Leinwand wehrte. Trotz dieser Herausforderungen wurde die königliche Ehe aufrechterhalten. Ein Leben aus Pflichtgefühl Trotz Gerüchten und Druck lebten Grace und Renier 26 Jahre lang zusammen. Obwohl ihre Ehe nicht ausschließlich auf Liebe beruhte, wurde sie durch Freundschaft und gegenseitigen Respekt aufrechterhalten. Obwohl ihre Persönlichkeiten unterschiedlich waren, fanden sie einen Weg, um ihre Verbindung zu verwirklichen. Grace, die oft als »Vulkan unter dem Schnee« beschrieben wird, passte sich ihrer Rolle als vorbildliche Prinzessin an. Sie wurde auch Mutter, trotz aller Schwierigkeiten, und spielte diese Rolle mit Hingabe. Schlussfolgerung Die Beziehung zwischen Grace Kelly und Fürst Renier III von Monaco war eine Kombination aus Liebe, Pflicht und Herausforderungen. Trotz aller Hindernisse hielt ihre Ehe, und gemeinsam hinterließen sie Spuren in der Geschichte Monakos und in der Erinnerung vieler Menschen. Obwohl die Frage, ob ihre Beziehung eine echte Romanze oder ein Arrangement war, nicht geklärt ist, ist ihr Vermächtnis unbestreitbar, und ihre Geschichte fesselt die Öffentlichkeit bis zum heutigen Tag. Untertitelung des ZDF, 2020